einst zu weit nach vorne für sich veröffentlichen Mayonnaise Frieger und geschafft so jetzt muss ich ob es erst mal erst mal nicht Prozent 1 nach vorne 404 404 die 405 und dann 100 405 und 101 glaub ich nee doch 101 Gottdammit das klinge eben nicht so als wär's Gottdammit das Richtige gewesen oh geschafft so ich schaff das nicht warte so das sind 1 2 Blöcke ok 100 und auf 411 100 400 11 gott ok ein bisschen zur Seite perfekt jetzt muss ich nur noch diesen Sprung schaffen gut ich hab ihn geschafft komm her zu mir nein warte ich war ja jetzt kannst du ich war fast auf legalem Weg mir haben noch zwei Leiterdingen gefehlt ja ne dann hättest du noch die ganzen Dinger schon erbringen hier machen wie da hoch und und ja 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 wie jetzt das hättest du noch alles machen müssen ups erst mal ja gut tb mich warte wenn ich wieder beliebt bin einfach hoch achso ich bin schon hier oben danke also wollen wir weitergehen äh klar gerne jetzt ernsthaft achso 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 ich leine schön ich hatte achso achso ne das warf nur ich was steht da drauf mach mal Tag bitte naja stimmt nao we schor schee nao juuu jump under pressure we will also begin to walk und Timing natürlich oft Zeit arbeiten am Arsch it's safe don't worry fuck you brennt ja 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 das kenne ich von von jump and run dingens pizza meter und alles wenn wenn zwei leute die brennen die die schuppen sich gegenseitig weg also es ist jetzt nicht so dass du denn was die key ist ernsthaft weil mir wartet immer auf mich wissen okay ich kann nicht so sehen natürlich habe ich so vor so gut schuld haben es ist ein brenn guet you can fuck me nein ich hab ich hab püsten natürlich ich will jetzt schon dass das scheiße wird mach ich da so key is to jump early to avoid getting hallo timing hallo mama mia you can fuck me yet mama und nehmen muss schon mal die ganze lave passage spielen das stinkt auch hart ach du bist auch gestorben du schubst mich weg doch mir auch springt oder ich spring man spring du zuerst ich glaube ich kann weiter kannst auch wenn du brenn springt ja weiß ich du hast einfach abgekürzt und ich bin ja so kann man sich ganz einfach machen wenn ich dich jetzt hier rüber hier rüber so ganz einfach okay wait for the pistons to all extend before you run this fuck you ich glaube an dich mein freund danke ich habe dich auf jeden fall schon gesehen Das ist fucking scheiße. Ach, die ersten zwei Teile sind gleich. Ich sterb jetzt nicht, oder? Natürlich doch, jetzt sterb ich. Mann, ich schwitze bis zum Geht nicht mehr, ey. Ich weiß meine Schwitze auch ganz anders. Da sitzt man schon, es ist einfach zu warm. So, Julia, lebt sie noch? Ich glaube, die muss nämlich langsam mal ins Bett und so, wegen Schule und so. Nein, die geht immer später ins Bett. Obwohl, es kann sein, dass sie schon offen ist, weil sie ist oft beschäftigt. Ach so. Äh, scheiße, jetzt bin ich schon beim Checkpoint gewesen. Ich komme nochmal zurück, ich kann dir ja helfen. Mach mal gleich für mich das Seil, äh, mach mal gleich für mich die Pisten auf, damit ich sie für dich aufhalten kann. Okay? Bin jetzt ernsthaft verbrannt? Ja, so ein Scheiß. Wiederbeleben. Das Wasser, kennen wir ja alles schon. Ich war mal so weit, ja. Na gut. Nein! Geh doch raus aus dem Wasser. Ich sterb doch schnell wieder, oder? Ne, ich heil mich schneller, gut. Wie kann ich denn da noch verbrennen? Ist das auch peaceful? Ja. Ah, sie ist noch, ich habe auch. Okay. Okay, try it again. No problem. Schon über zwei Stunden Aufnahmen. Hey, acht Parts. Nehmt mich so, kann ich auch mal wieder BattleBlock Theater aufnehmen. Ja, eigentlich komisch, dass er das mit dir dann auf einmal angefangen hatte. So, ich bin jetzt hier. Halt's mir offen. Nein. Nein, 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 geht. Ich habe gesagt, halt's mir offen. Oh, Mann, ich wollte eigentlich nur durchwaschen. Weißt du, da will ich dir helfen? Nein. Ja, nee, eigentlich hatten Soran ich damals gesagt, dass wir das aufnehmen wollten. Wodurch ich mir das Spiel auch extra gekauft habe. Na gut, ich hätte es mir auch so gekauft. Ja, ich habe schon gehört, dass ihr es beide auch machen wollt. Ja, wollten, anscheinend. Weil ich meine, wenn er es ja mit dir schon gemacht hat, warum sollte es ihr denn nochmal mit mir machen? No, nee, er hat gesagt, er macht es auch noch mit dir. Okay. Bloß, er wird nicht mit dir A-Plus machen, wie er es mit mir macht. Achso, okay. Na gut, alles auf A-Plus, das ist eine Sache. Ich meine A. Achso. Also, ich will halt kein B drin haben. Deswegen machen wir alles auf A. Das nächste, was kommen will, wäre A-Plus, da müssen wir auch noch Zeit und so weiter machen. Jetzt warte. Habe ich auch vor. Warst du da, warst du da. Warst du da. Ach, du bist schon wieder da. Warte, ich will wirklich von der Linie gehen. Gut, now well, du timing jump. Du hast blocks on top, so safe. You safe have to time to jump, right? Good luck. Ach, nach oben springen rein, gut, why not? Mit Blöcke vom Kopf, natürlich. Und du schaffst das. Ach, du bist schon ganz oben? Ja. Ich habe doch gleich, wenn ich schon beim Checkpoint. Äh, ich weiß die hier im Vormachen. Genau, ich schwimme drüber. So, und dann? So. So, Sackle. Warte mal. Okay, ich bin auch das selber zu blöd dafür. Das ist, glaube ich, machbar. Ja, ist es. Nein. Natürlich für mich nicht machbar. Warte mal, mit anderen. So, remember you need to either dump early or late. Ich weiß schon nicht, was du mir damit sagen willst, aber leck mich. Kein Block, aber im Kopf, gut. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Muss ich den Turm hoch? Ja, muss ich. Nee, der muss runter springen. Ah, fick dich. Verarten kannst du mich selber. Kannst du dich selber. Erstmal noch eine Runde runterfahren. So, was? Hier steht, don't stop sprinting. Wo ist hier der Savepoint-Knopf? Da, neben dir. Stumme. Achso. Ich sehe dich nur auf einmal runterfallen. Oh, nee. Warum bist du eigentlich schon vorgesprintet, du? Ich warte hier. Wir müssen hier gleich komplett durchsprinten. Ich bin voll argert. So, jetzt müssen wir durchsprinten. Sprinten. 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 EIS 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 Also man fragt auch, naja gut, ich lass mich lieber ausbirnen, bevor ich irgendwie so nen Tick bekomme und runterfalle Fuck, ich hätt jetzt fast komplett alles durchgespründet Woran hat's gehapert? Hm? Woran hat's gehapert? Dass es ein langer Jump war und ich zur Sprung abgesprungen bin Ey, so ein Mückenstich am Arm ist auch so nervig Äh, I know the filmable Nein, du bist jetzt nicht dran Ja, das ist doch kein Anruf